Der Herr ist König geworden, Gott ist der Herrscher des Alls. Wir wollen uns freuen und jubeln und ihm allein die Ehre erweisen. Halleluja. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, seien alle Zeit mit euch und mit deinem Geist. In der heutigen Lesung aus der Apostelgeschichte hören wir, wie Paulus und Silas gefangen genommen werden und ins Gefängnis geworfen werden. Weil die Obersten meinen, dass sie Aufruhr gebracht haben durch die Lehre, die sie verkünden. Und doch ist Paulus und Silas niemals gefangen. Sie haben eine innere Freiheit und das ist das Gebet. Dieses Gebet, das im wahrsten Sinn des Wortes alle Fesseln von uns wirft, uns innerlich frei macht. In der Episode, die wir hören aus der Apostelgeschichte, werden Paulus und Silas wirklich befreit. Der Gefängnismeer Bertha meint, sie seien geflogen und möchten sich das Leben nehmen. Doch Paulus hindert ihn daran und wird ihn auch zum Glauben führen. Ein Glaube, der uns Kraft auch schenkt, der uns die Gewissheit gibt, dass alles möglich ist in dem, der auf Gott vertraut. Und der den Beistand erfahren darf, den Jesus im Evangelium uns versprecht und verkündet. Diesen Beistand wollen wir auch bitten, um Einsicht für unsere Sünden und Fehler, dass wir diese Fesseln abwerfen und frei werden, Gott auf den Wegen des Lebens zu folgen, so wie es einst der heilige Antonius tat, den wir heute ihm besonders ehren. So wollen wir uns besinnen, das Erbarmen des Herrn auf uns heraufrufen. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündet in Gedanken, Worten und Werken durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selbige Jungfrau Maria, alle Ingen und Heiligen und euch Brüdern und Schwestern, für mich zu beten, bei Gott, unserem Herrn. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden, gewerbe uns für Allmächtige und barmherzige Herr. Amen. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, lass dir österliche Freude in uns fortdauern, denn du hast seiner Kirche neue Lebenskraft geschenkt und die Würde unserer Gotteskindschaft in neuem Glanz erstrahlen lassen. Gib, dass wir den Tag der Auferstehung voll Zuversicht erwarten, als einen Tag des Jubels und des Dankes. Darum bitten wir, durch Jesus Christus, deinen Sohn und unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus der Apostelgeschichte In jenen Tagen erhob sich das Volk von Philippi gegen Paulus und Silas und die obersten Beamten ließen ihnen die Kleider vom Leib reißen und befahlen sie, mit Runden zu schlagen. Sie ließen ihnen viele Schläge geben und sie ins Gefängnis bringen. Dem Gefängniswärter befahlen sie, sie in sicherem Gewahrsam zu halten. Auf diesen Befehl hin warf er sie in das innere Gefängnis und schloss zur Sicherheit ihrer Füße in die Blöcke. Und mit der Nacht beteten Paulus und Silas und sangen Hohblieder und die Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich begann ein gewaltiges Erdbeben, so dass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Mit einem Schlag sprangen die Türen auf und allen vielen Gefesseln ab. Als der Gefängniswärter aufwachte und alle Türen des Gefängnisses offen sah, zog er sein Schwert, um sich zu töten. Denn er meinte, die Gefangenen seien entflogen. Da rief Paulus laut, tu das nicht dir an, wir sind noch alle da. Jener rief nach Licht, stürzte hinein und fiel Paulus und Silas zitternd zu Füßen. Er führte sie hinaus und sagte ihrem Herrn, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Sie antworteten, glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden, du und dein Haus. Sie verkündeten ihm und allen in seinem Haus das Wort Gottes. Er nahm sie in jener Nachtstunde bei sich auf, wusch ihre Striemen und ließ sie sogleich mit allen seinen Angehörigen kaufen. Dann führte er sie in seine Wohnung hinauf, ließ ihnen den Tisch decken und war mit seinem ganzen Haus voll Freude, weil er zu glauben an Gott gekommen war. Wort des lebendigen Gottes. Herr, deine Rechte hat mir geholfen. Herr, deine Rechte hat mir geholfen. Ich will dir danken aus ganzem Herzen, dir vor den Engeln singen und spielen. Ich will mich niederwerfen zu deinem heiligen Tempel hin und deinen Namen danken für deine Wohl und Treue. Dein Herr, deine Rechte hat mir geholfen. Denn du hast die Worte meines Mundes gehört, deinen Namen und dein Wort über alles verherrlicht. Du hast mich erhört am Tag, als ich rief, und du gabst meiner Seele große Kraft. Herr, deine Rechte hat mir geholfen. Du streckst die Hand aus gegen meine wütenden Feinde und deine Rechte hilft mir. Der Herr nimmt sich meiner an. Herr, deine Huld wird ewig. Lass nicht ab vom Werk deiner Hände. Herr, deine Rechte hat mir geholfen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ich werde den Geist der Wahrheit zu euch senden. Er wird euch in die ganze Wahrheit führen. Halleluja, 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 Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehrig sei dir, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern. Jetzt gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Und keiner von euch fragt mich, wohin gehst du? Vielmehr ist euer Herz voll Trauer, weil ich euch das gesagt habe. Doch ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht fortgehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Gehe ich aber, so werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er die Welt überführen und aufdecken, was Sünde, Gerechtigkeit und Gericht ist. Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Gerechtigkeit, dass der Herrscher dieser Welt gerichtet ist. Evangelium, unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Herr Christus. Jesus gelangte durch Leid und Tod in seine Herrlichkeit. Zu ihm rufen wir. Bewahre deiner Kirche die österliche Freude. Wir bitten dich, erhöhung uns. Führe die Regierenden zu gerechten Entscheidungen. Wir bitten dich, erhöhung uns. Lass die Trauernden deine Nähe erfahren. Wir bitten dich, erhöhung uns. Erneuere unsere Zuversicht, in deine Herrlichkeit zu gelangen. Wir bitten dich, erhöhung uns. Wollen wir auf die Fürsprache des Heiligen Antonius, Gott den Herrn auch, für all die Medizin und Wissenschaftler bitten, dass möglichst bald Medikamente und auch ein Impfstoff gegen das Coronavirus gefunden werden müssen. Wir bitten dich, erhöhung uns. Wollen wir auch für uns selbst bitten, um unseren Glauben, um die Fähigkeit, wirklich immer unaufhörlich zu beten und Gott dem Vertrauen zu begleiten und ihm zu folgen. Wir bitten dich, erhöhung uns. Allmächtiger Gott, du erhörst uns, wenn wir zu dir rufen. Steh' uns bei, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Gepriesen ist der Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arme. Wir bringen dieses Brot vor deinem Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr und der Gott. Gepriesen bist du, Herr und der Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstockes, uns der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Cake vor deinem Angesicht, damit es uns der Gelb des Heils werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr und der Gott. Betet, Brüder und Schwestern, das Wein und euer Opfer, Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Der Herr, nehme das Off an, aus meinen Händen, zum Lob und Rume seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze Heilige Kirche. Herr und so Gott, gib das Wir, die allzeit danken, durch die Feier der österlichen Geheimnisse. In ihnen führst du das Werk der Erlösung fort. Mache sie für uns zur Quelle der unvergänglichen Freude. Darum bitten wir, durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit meinen Geistern. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir Vater in diesen Tagen freudig zu danken, da unser osterlange Opfer dies, Jesus Christus. Als er seinen Leib dahingab, hat er die Opfer der Vorzeit vollendet. Er hat sich dir dargebracht zu unserem Heil. Er selbst ist der Priester, der Altar und das Opferland. Durch ihn preisen wir dich in österlicher Freude und singe mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Heiliges Gott, die Herrlichkeit, sein Hunger füllt die Himmel bei. Lob singe, jubel dem Hosanna. Reiß ihn, der kommt in unsere Zeit. Lob singe, jubel dem Hosanna. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Garmel an und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich das freie Willen dem Leiden unterbar, nahm er das Brot und sagte Dank. Brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem alten Kelch, dankte er wiederum, reichte es seinen Jüngern und sprach, Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Gut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis unseres Glaubens, deine Tod, oh Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, glütiger Vater, feine das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringe dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles an. Wir bedanken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil in Christi, Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deine Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Rein mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Christoph und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Diensten der Kirche bestellt sind. Gedenke unsere Brüder und Schwestern, die in Schlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich ab, wo sie dich schauen, von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zu teilen wird, in der Gemeinschaft mit der sinnlichen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit unserem Vater, dem heiligen Franz von Assisi, der heiligen Clara, des heiligen Antonius, mit deinen Aposteln und mit allen, die bitte Gnade gefunden haben von anbegitter Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Denn durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. So wollen wir beten, wie der Herr uns zu beten gehört. Vater, unser Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, mächtiger Vater, von allen Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zur Hilfe mit deinen Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr Jesus Christus, du hast zu deinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. So bitten wir, du siegst über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deinen Hirten und schenke ihr, unseren Familien und der ganzen Welt, Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn ist er alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geist. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht, das Lamm Gottes, das hinweg nimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesucht. Kostet uns, seht, wie gütig der Herr ist, selig der Mensch, der bei ihm seine Zuflucht gibt. und die Sünde der Welt. Vielen Dank. 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 Gütiger Gott, durch das Werk der Erlösung hast du unsere Schuld getilgt und uns deine Gnade geschenkt. Die Feier der Geheimnisse Christi stärke uns in diesem Leben und schenke uns die ewige Freude. Darum bitten wir, da bitten wir durch Christus, wie es üblich ist, wollen wir jeden Dienstag jetzt mal wieder gemeinsam mit einem Herrn Thunians an der Nacht feiern. Herr, herr. Heilige Maria, Heilige Franz und Heilige Herr von Assisi, Heilige Paulus, du Pader, du treue Römer, der es dann grüßt, du Seine deines Erwartens, du Säule der Kirche Gottes, du Mann, du weibst Gottes Gottes, du liebst Gottes, du liebst Gottes Gottes, du liebst Gottes Gottes, du Traumat, du musst geopolitmen, du Vorbild des Gehorsos, du spielst der Geduld, du lehrver der Wille, du aposche und gehst Gottes Gottes, du bist Sieger der sampleen, du shredder, du nutzstbits Gottes, du tröse Gott, 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 Gott. Sünde der Welt, verschollen wir uns, oh Herr. Lamm Gottes, du liebst in der Welt die Sünde der Welt, erlösen wir uns, oh Herr. Lamm Gottes, du liebst in der Welt die Sünde der Welt, erbarmen wir uns, oh Herr. Bitte für uns, wo heilig sind, und wir müssen auf das sehr für ihr Leben der Leid zu sein. Lass es uns lieben. Wir bitten dich, oh Herr, zu uns und die Verdienste für uns, die Sünde der Welt, erlösen wir uns, oh Herr, die Sünde der Welt, erlösen wir uns, oh Herr, und ich bitte für den Frieden in der Welt, für die Bekämpfung des Coronavirus, für alle die Pflege, die ist im Stil, die Mediziner, die Krankenkriege, die Kraft, noch Dankbarkeit, Herr, für das, was wir getan haben, noch immer tun. Weil ich bitte für alle unsere Danken und der Heiligen und der Späne, für unsere Familien, für alle jene, die Schwierigkeiten überlaufen, vielleicht auch jetzt, derzeit, finanziell erlagt, dass sie nicht aufgeben, nicht verzweifeln und versagen. Wir bitten dich für die Heilsamen und Verlassenen, für alle jene, die Sucht und Abhängigkeit geraten sind, um Heilung und Befreien. Weil ich bitte um neue Orte, unsere Christenberufungen, ganz besonders um unsere Wurzeln, und ich bitte, Herr, für alle Menschen, für Gerechtigkeit, Zusammenhalt in der Welt, auch die Sorge, die Schöpfung, dass wir Menschen werden, und diesen Buß, das uns anverbraucht ist, um hier sorgsam und gerecht mitzugehen. Weil ich bitte, Herr, für alle Menschen, die den Sinn in ihrer Leben verdäumen haben, dass du sie erleuchtest für deinen Geist, der Einsicht und Weisheit, damit sie wieder neue Kraft und Hoffnung schenken. Wir vertrauen dir auch an unsere Schöpfung. Vater, unser Grund, Geheiligkeit, dein Geist, dein Geist, dein Geist, dein Geist, so aufhören, unser Geist, unser Geist, unsere Schuldig, wie auch immer wir die Vergeben und unsere Schuldige. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern alle Menschen zu von den Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, vor der Frage, der Herr ist in dir. Du bist gebetreitig, deine Frau, und gebetreitig, dass der Bruchst deines Leibes ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde, und zu uns, zu uns weisetmal. Woher die Gott zur gestorbenen Ewigen wohl. Und das Leben in euch da steht. Herr, wenn Sie in meinst du, in deinem Frieden. Amen. Der Herr, der Herr, der Herr, der Herr, der Herr, der Herr, die Fürsprache 7 Jahre, der Herr, 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 Und dein Geist, der Geist, der Geist, der Geist, der Gott in der Erde.